Im Herzen von Europa, da kämpft die ganze Welt, weil Bankburgstaller nur das Beste zählt. Da haben wir so manche Nacht zum Tag gemacht, unsere Träume geliebt, nie an morgen gedacht. Im Herzen von Europa, da kämpft die ganze Welt, weil Bankburgstaller nur das Beste zählt. Da haben wir so manche Nacht zum Tag gemacht, unsere Träume geliebt, nie an morgen gedacht. Unsere Träume geliebt, nie an morgen gedacht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ausblick auf dieses Campingjahr. Der Komfort-Campingpark Burgstaller ist natürlich für seine gehobene 5-Sterne-Ausstattung und vielfältige Infrastruktur sowie für das breite Serviceangebot in ganz Europa bekannt. Insbesondere über die unglaubliche Sanitärausstattung wird unter den Campern viel gesprochen. Fantasievolle Architektur und themenspezifische Innenausstattung begeistern jedes Jahr weit über 5000 Familien. Doch wir haben natürlich noch weit mehr zu bieten, um ihren Urlaub so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Und so sieht das Campingjahr bei uns aus. Für den Saisonbeginn ist ein buntes Osterprogramm vorbereitet, das mit dem Eröffnungstag unseres Campingplatzes zum Palmwochenende, eine Woche vor Ostern beginnt. Da fängt natürlich auch gleich unser Kinderprogramm an, bei dem sich alles um Ostern dreht, aber natürlich auch mit vielen unserer anderen beliebten Programmpunkte vom Indianerwald bis zur Lokfahrt mit dem Burgstaller Express. Sollte zu Ostern das Wetter noch nicht ganz mitspielen, sind die Kleinen in unserem tollen Indoor-Bereich mit Bällebad, Softplay-Anlage und Kinderkino perfekt untergebracht. Aber auch für die Erwachsenen ist da beim Osterprogramm schon viel Spannendes dabei. Da gibt es Wanderungen, Bingoabende oder zum Beispiel Kärntner Osterbrauchtum wie das Kugelrollen. Danach macht die Kinderanimation eine kleine Pause bis Pfingsten und es kehrt nochmals etwas Ruhe am Komfortcampingpark Burgstaller ein. Das ist dann die perfekte Zeit für die ältere Generation das Frühlingserwachen rund um den Milchstädter sie zu genießen. Aber trotzdem gibt es natürlich ein reichhaltiges Wochenprogramm, das jetzt auf den Geschmack der Erwachsenen abgestimmt ist. Immer mit Bedacht auch auf jene, die vielleicht nicht mehr irgendwelche Gewaltwanderungen durchführen möchten. Einer der beliebtesten Programmpunkte ist da zum Beispiel der Ausflug auf die Burgstaller Alm mit Grillerei vor dem 400 Jahre alten Bauernhaus oder die Verjüngungskor im Fräsacher Hochmoor bei Baumgartners Buschenschenke. Um dieses beschauliche Urlaubserlebnis zu versüßen, gilt in der gesamten Nebensaison, also außerhalb von Juli und August, unser bekannt günstiger Seniorentarif. In der Saison 2022 campen zwei Pensionisten am Komfortcampingpark Burgstaller in dieser Zeit um nur 21,60 Euro inklusive Platz- und Personengebühr. Dazu kommt eventuell nur noch die Kurtaxe, von der wir aber Senioren mit Behindertenausweis ab 50 Prozent komplett befreien können. Eine Reservierung ist zu dieser Zeit auch nicht nötig, denn außerhalb von Juli und August sind auf dem 12 Hektar großen Gelände mit 600 Stellplätzen genügend freie Parzellen für jeden Geschmack vorhanden. So können bis Anfang Juli und ab Ende August auch kurzentschlossene jederzeit anreisen. Kurz vor Pfingsten startet dann auch wieder unsere Kinderanimation, die jetzt bis in den Spätsommer hinein und bis zum Beginn unseres Apfelfestes Ende September zusätzlich zum Erwachsenen- und Familienprogramm läuft. Ab Pfingsten beginnt üblicherweise auch die Badesaison am Milchstättersee. Dieser hat zwar noch nicht seine Sommertemperatur von bis zu 27 Grad, aber unsere südliche Sonne ist bereits wohlig warm und es gibt auch schon genügend andere Wassersportmöglichkeiten. In unserer Segel- und Surfschule Sporting Blue kann man hierfür alles ausleihen, vom Surfbrett oder Segelboot überdreht und Elektroboote bis hin zum Equipment für Stand-up-Paddling. Zugleich laden auch die umliegenden Nockberge bei angenehmem Wanderwetter zu ausgedehnten Touren ein. Das Wort Nockberge stammt übrigens von Nocken, also Knödeln oder Klößen und so sehen sie nämlich auch aus. Das heißt, man muss bei uns kein Bergsteiger sein, um die Gipfelkreuze zu erreichen oder herrliche Ausblicke zu genießen. So manche Hütte ist über romantische Bergstraßen sogar mit dem Auto erreichbar. Wer es wirklich hochgebirgig will, der erreicht auch schnell die Startpunkte in die hohen Tauern, wo es dann tatsächlich weit in die Dreitausender und hinauf in den ewigen Schnee geht. Jetzt empfiehlt sich auch schon der Kauf der Kärnten-Card, denn die über 100 darin enthaltenen Ausflugsziele sind bereits geöffnet. Als Kulturland empfehlen sich da in Kärnten natürlich die vielen Burgen, Schlösser und Museen oder Freunde unserer einmaligen Landschaft besuchen den Pyramidenkogel, das neue Wahrzeichen des Landes oder nehmen die in der Kart enthaltenen Seilbahnen hinauf auf die Gipfel. Auch Thermen und Hallenbäder sind darin übrigens enthalten. Wenn dann die Hauptsaison mit Julibeginn kommt, dann geht es am Komfortcampingpark Burgstaller so richtig los, denn zum ohnehin bereits bunten Programm kommt dann nicht nur die Sportanimation dazu, sondern auch die Abendunterhaltung, zum Beispiel mit Shows und Konzerten auf unserer Showbühne. Highlights sind hierbei jedes Jahr natürlich die Konzerte unserer Hausband The Strongbow, für die mittlerweile manche Gäste extra aus den entferntesten Teilen Europas anreisen. Im Juli und im August sollten Sie dann schon einen Stellplatz reserviert haben, denn es ist ja jetzt wirklich überall Ferienzeit. Dann ist eine Buchung selbstverständlich auch verbindlich und Sie beachten bitte unsere Reservierungs- und Stornobedingungen. Sollten Sie keine Reservierung mehr geschafft haben, dann geben wir Ihnen aber natürlich gerne auch kurzfristig telefonische Auskunft über die tagesaktuelle allgemeine Buchungslage. Sie verstehen aber bitte, dass wir von Mitte Juli bis Mitte August kurzfristige Reservierungen unter dem Motto Hurra, reservieren Sie uns einen Platz für übermorgen nicht mehr durchführen können, da Sie erstens wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer Rezeption telefonieren, die 2300 Personen vor Ort zu betreuen hat. Und weil zweitens ein Schriftverkehr mit Unterschriften aus Tausch und Anzahlungsüberweisungen zur Fixierung eines Mietvertrages in so kurzer Zeit ja gar nicht mehr machbar ist. Ungefähr nach dem 20. August ist dann eine Anreise ohne Reservierung wieder leichter möglich und der Spätsommer beginnt mit der eigentlich angenehmsten Urlaubszeit des Jahres. Denn obwohl der Hochseisong Trubel bereits nachlässt, sind alle Einrichtungen und Programme noch im Vollbetrieb, während der Milchstädter sie vom Sommer aufgeheizt noch bis weit in den September oder in manchen Jahren sogar bis Anfang Oktober angenehme Badetemperatur aufweist. Und wenn der Spätsommer dann in den Herbst übergeht, dann beginnen unsere Apfelfestwochen. Nachdem die Ferienzeiten nun zu Ende sind und unsere Kinderanimation ausgelaufen ist, ist dies wieder die Zeit der Senioren. Natürlich dreht sich dann alles um unsere Apfelernte und das Programm umfasst neben zahlreichen seniorengerechten Ausflügen insbesondere das gemeinsame Mostpressen, das gemeinsame Schnapsbrennen und viele weitere herbstliche Programmpunkte. Höhepunkt ist dann natürlich der Abschlussabend mit der Wahl von Apfelkönigin und Schnapsbrennmeister. Danach, also ab Mitte Oktober, geht es dann in den Saisonausklang. Nachdem unsere beiden Restaurants dann geschlossen sind und das Animationsprogramm für dieses Jahr beendet wurde, wird es am Komfortcampingpark Burgstaller nicht nur ruhiger, sondern auch günstiger. In den letzten Wochen der Saison gilt dann nämlich der mit 1. September wieder begonnene Pensionistenpreis unter dem Namen Saisonausklang ab jetzt für alle, egal welchen Alters. Seine Pforten schließt unser Campingpark dann jedes Jahr mit dem 1. November. Wir freuen uns schon auf euren Besuch irgendwann in diesem Campingjahr. Nie an morgen gedacht, im Herzen von Europa. Da kämpft die ganze Welt, weil beim Burgstaller nur das Beste zählt. Da haben wir so manche Nacht zum Tag gemacht. Unsere Träume gelebt, nie an morgen gedacht. Unsere Träume gelebt, nie an morgen gedacht. Nicht vergessen, alle Infovideos, Musikvideos, TopiTV für die Kids und einfach nur Unsinn der uns so übers Jahr einfällt, gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Und für die Vorfreude auf den Urlaub, sämtliche Burgstaller-Songs wie Es zählt nicht woher du kommst oder Camping-Burgstaller Was kann ich für sie tun und die Kids-Songs beim Burgstaller ist die Hölle los und Topi Maus, sowie noch einige mehr finden sie als MP3-Download auf unserer Homepage. Und für dieTurn-Letters. Warn not Holy Adam. Warn not Holy Dad? Warn not Holy damp-Romlighst. Wir Know human στο Joey-Play. Wir Know human das Welt war beginnissend. Wir drum an diesemosiうん說 essential, wie man und writer bezieht. Wir nehmen uns für Kita. Vielen Dank.